Was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Fortnite Video. Ich habe den App schon auf jeden Fall geholt. Ich zeige euch in dieser Folge diese neuen Sachen da auf der Map, wo ich war. Wie es dort abgeht, wie krank das einfach nur noch geworden ist. Ich finde es richtig nice. Dann zeige ich euch Mega City, was sich da verändert hat. Auch richtig geil. Also für mich auf jeden Fall positiv. Und das, was zum Schluss passiert ist, will ich nicht darüber reden. Ich war es mit dem Video. Ich weiß nicht warum, aber hier geht es brutal ab. Übel sogar. Okay. Oft kriegen sie noch mit dabei. Ja Leute, abonniert. Aktiviert die Glocke. Shit. Eine Bewertung durch. Oh, eine Videobeschreibung, das hat sich alles verliegt. Ja, der will nicht. Wird ich wohl gern. Ich weiß nicht warum, aber der ist übelsüchtig. Ich bin auch nicht hier. Ich bin�e. Entsche. Okay. Entschuldigung. Warum mich, ey? Warum bin ich die ganze Zeit, ey? Ich sag ja, hier geht das übel ab. Leute, das kann man richtig nice abholen. Chill doch. Ah, und dann gibt's den noch, ey, shit. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Ey, Mann, ey. Ich merke gerade, dass ich einfach den Boss genommen hab. Juch, was geht die... Oh mein Gott, ich kann die auch noch nehmen, ey. Schockwellenwerfer oder... Na, ich glaub, wenn ich das nehme, passiert irgendwas. Gar kein Bock gerade drauf. Nein. Nein, 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 nein. Die pumpen nämlich direkt mit. Man weiß halt nicht, hier schießen so viele Bots. Ey, Bots, geh mal weg, Mann. Leute, die Tasche ist auch total, ey. Schaut das euch an. Wie klingt denn auch warm da grad? Warte. Soll ich mal meine Tasche droppen? Die Tasche holt einfach Gegner, ey. Diese sind uns. War da gerade einer. Der ist einfach aufgeholt. Da, da, da innen Deck, da ist Schüter auf dem Der Schüter in der Ecke Oh mein Gott, der Finger getroppt Gleich gehts wieder richtig ab, oh mein Gott Auf dem habt ihr geschossen Ey, hier geht das übel ab, das ist nicht mehr normal Man kommt hier gar nicht klar Was ist jetzt los, was ist passiert Ich raff das hier nicht, das ist so krass Ich feiere das irgendwie, aber es geht wirklich übel extrem ab Guck mal Ich versuche jetzt noch eine Runde zu spielen Eine normale Runde von Mega City aus Hä Worum sind hier Boots Alter, oha Juch Wieso ist hier ein Boss Geh mal weg, Mann Okay, der hat direkt Libas Legendäres gedroppt Stabby Oh mein Gott Oh shit Ah, da ist die Was ist das, Alter, was ist das für eine Waffe Hä Hä Kann man es kaputt machen Hä Gab es hier schon immer eine Tür Oha 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 Alter Ey, wie versteckt ist das Was mit Mega City passiert, ey Krass Ich feier das irgendwie Ey, wieso nimmt der automatisch einfach die Sachen Wurde da was eingestellt, oder was Ey, richtig geil Leute, diese Sturmgewehr, die ist so lecker Da kommt jemand Ja, nur kommt alle, ey Mein Leben wieder Also jetzt, ich habe ja ein bisschen schon gespielt gehabt Und diese Dinger da, was anzeigt, so diese Satellit-Dinger-Dingsbuchzeichen Das ist, du killst da den Boss Und wenn du den Boss gekillt hast, bekommst du nochmal so eine Karte So wie jetzt gerade eben, und die tust du dann da rein Und das zeigt dir dann, die ganze Runde lang Ähm, die Zone, wo die nächste Zone ist Oh mein Gott Vorbei Vorbei, ey Hä, wer ist dort? Hat jemand noch nicht gesehen? Da, der hat es aktiviert Der hat es aktiviert So, aber hat dir nichts gebracht Geil Ah, stimmt Hab ich vergessen Sniper ist wieder da Der hat mich bekommen, ey Und Zack Der kann mir Heddy geben, ey Da bin ich raus Jetzt über Der übertreibt übel, ey Yes was war das für ein move gerade was war das gerade für ein move der hat mich einfach weggeschleudert das ist es die fliegen schon alle wo soll ich fliegen und krass oder das hat nicht so geklappt aber ok nein renn ich habe keine ahnung und dieses sniper da kann man halt nix machen das ist ein sniper spiel halt ja 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 ja